Every day for all something new I'll be blind for a different view And nothing else matters Hallo liebe Cindy Heißt du so? Ich weiß es nicht Julian und Schnell haben das gesagt Ja, also ich werde dich auch noch beim SchülerVZ adden Ich möchte mich gerne als deine Emo-Freundin anbieten Ich bin nicht ganz so Emo so Aber also Emus und so, ich haben vier gemeinsam so Also wir können uns auch zusammen irgendwie einen Emo-Boy suchen so Das ist echt cool so, ey Knopf Ja, ey du bist echt voll die coole Person so Meinst du das ernst? Äh, ich weiß es nicht Egal, lol Ähm, ja geil so Ähm, ich hätte halt nie so gedacht Nach der Sennavich so Ähm, dass ich mal besoffen dein Video mache Aber ich bin grad stock besoffen so Deswegen rede ich wahrscheinlich auch mit dir so Ja, cool Weißt du was das Schlimme ist? Ich bin nicht mehr alleine so Ich hab hier Besuch und so, ne Aber ich rede halt so mit dir Weil du echt so cool bist und ich möchte gerne deine beste Freundin werden Es wäre unheimlich geil, wenn du mir einen Video-Response machst Und ich nehme auch mit Julian und schnell so Also wir reißen die Weltherrschaft an uns Also es wäre echt geil so, wenn du bei uns wärst So ich als beste Freundin und die beiden so halt als Emo-Boys Also es wäre echt geil so Ja Ich weiß nicht, was ich dir nur sagen soll Dafür hab ich zu viel getrunken Ähm Ich muss wieder um die Katze kümmern Ich möchte die Katze gerne mal zeigen Ich möchte die Katze gerne mal zeigen Bring die Katze mal her Ich kann nicht, ihr esst gerade Frühstück Ihr esst Frühstück Die Katze und du Geil Als sie kommt Mau Mau, komm mal her Ich steh Mau Komm mal her, Mauritius Wann kriegst du die Katze? Du? F- 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 Ich rede mit der Kamera Cool, ne? Ach so, warte, 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 warte 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 Hatte ihr schon mal ein Korsett an? Ist echt unbequem Du hast das hier was geil Kennt ihr hier Pommaschur aus dem Buchenwald? Ich sehe genau so aus. Also zum Vegetieren muss ich unbedingt abnehmen. Ich warte immer noch, dass ich jetzt meine Katze zeigen kann. Ich bezweifle sowieso, dass sich jemand dieses Video anguckt, aber es ist mir egal. Eve? Magst du das Katze kurz vorbeibringen? Nein. Der kann auch mit mir kuscheln. Aber ich will nicht gefilmt werden. Nee, du wirst nicht gefilmt. Ich will ja nur, dass Katze zeigen. Ja, ich weiß. Ich bin dein Danny Herbert gesprungen. Miet. Also auf Käse steht sie gar nicht, aber auf Salami. Oh Gott, gibt es meine Katze Salami. Ein Buchenlein ist ein Döckchen. Ich habe nur hier da so, guck hier so ganz klein so. Also auf Käse steht sie nicht. Und meine Katze war drei Käse, wenn ich schluss. Aber sie ist eher hier Salami. Warte, Mathe, die Kamera läuft. Du musst da kurz einen Schritt vorbeibringen. Ja, Mietz, mich verklopfen. Mietz, Mietz, Baby. Baby. Nee, die mag das, die Knätschen nicht. Mach ab. Nee, die mag das, die Knätschen nicht. Aber meine war auch nur so. Das möchte nämlich nicht gefilmt werden. Nee, sie ist außer Freiheit. Das ist wie meine. Ja, da ist keine Moku mehr drin. Alle, alle. Meine Katze möchte nicht gefilmt werden. Aber ich habe sie zum Geburtstag gekriegt von Küma. Ciao. Hey. 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 Hey.